Und ein herzliches Willkommen bei der nächsten Folge von Stadio Belly mit einem kranken Luki oder so halbkranken Luki. Clint hat nur Eisen und... ...Streichelkolben? Okay. Ja, ich muss das Ding mitnehmen, oder? Das Gesetz... Ich hab keinen Platz. Der Streichelkolben, Leute. Den kennt ihr, den habt ihr alle. Das... Ja, okay. Ah, okay, äh... Hier war ja nichts... Nichts, was ich haben möchte unbedingt. Vielleicht im Wüstenkamin... Hier war... ... 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 Okay, was mache ich jetzt? Also das lege ich jetzt noch ab und dann habe ich es. Habe ich noch nie gespielt. Ja? Das ist zum Vorteil für mich. Aber Mario Kart kennst du, oder, Lecani? Hast du schon mal gespielt? Im Prinzip ist ja genau das Gleiche. Außer das Kämpfen halt. Das Kämpfen ist halt anders. Aber da müsst ihr, glaube ich, wenn ihr den Freundschafts-Domelot macht, ja erstmal durch das Tutorial. Da lernt man ja, wie man kämpft. Das ist schon ein bisschen komplex. Das nehme ich noch. Ja, Tiere, euch geht's gut. Hoffe ich zumindest. Klar kenne ich Mario Kart. Ja, das ist im Prinzip genau das Gleiche. Die Steuerung ist sehr ähnlich. Es sieht nur anders aus. Oh, Entenfedern. Habe ich nicht so ein Gebäude gebaut? Ach, das ist noch gar nicht fertig. Äh, das mache ich schnell. Und, ja, Pummelparty ist wie Mario Party. Genau. Nur, ich glaube, das Spielprinzip ist ein bisschen anders. Ja, ich auch. Da ist gleich die Freundschaft vorbei. Äh, ja. Äh. Habe ich ein paar Abkürzungen. Nee, komm, Robin. Erstmal. 200. Und dann 500 Holz. Dann ist der Entenstall fertig. Für weitere VIPs. Da kann ich. Ah. Ehm. Oder es gäbe auch noch, äh, ich hab mir auch überlegt, dass ich da zumache, Uno. Aber Uno wäre halt sehr unfair. Weil, äh, ihr könnt ja im Stream nachgucken. Hofgebäude errichten. Hier. So. Bauen. Können wir gleich paar Entis. Enchiladas. Einziehen lassen. Gut. Das ist soweit ready. Habe ich noch irgendwas vergessen? Ich hoffe nicht. Ja. Vielleicht. Vermutlich. So. Hier habe ich jetzt ein Problem. der achtzehnte das passt eigentlich ja kartoffels hier also was wird da gelacht ich sehe das gefährlich community lacht ich brauche den kampf gegen mich würde ich ja schon lustig wieso muss ich krank sein das ist einfach nur blöd jetzt habe ich das gemacht was mache ich jetzt als nächstes kurz mal überlegen ich lasse mich mal streicheln streichel streichel fühle ich mich schon besser also ich wollte ja hier stimmt aber packe ich die ganzen blumen hin okay das reicht jetzt mal für eine ganze weile für glücks essen glaube ich ja ich bin herr der fliegenden blumen ja herr der fliegenden blumen ja ja was ist das jetzt ja ich bin herr der fliegenden blumen kommt hier ja gut ja ich bin blumen boy was ist das jetzt ja ich bin der blumenbändiger ja sorry was ist das drache blumenattacke ja sorry was ist das jetzt für ein pack ist irgendwie cool kommen die mit okay was passiert wenn ich jetzt das hier hier rein pflanze und jetzt rausgehe jetzt habe ich sie aufgenommen keine ahnung was das war war mal ein cooler pack okay hier unten kartoffels sollten auch fertig sein meist kartoffeln hey farbenmeer hi wie geht's schön dich zu sehen schön dich zu sehen schön dich zu sehen ah dumm 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 okay momentan ist nur Lager Dings hier und ich kann kaum reden ich sollte besser weniger reden weil sonst ist meine Stimme gleich weg dir, euch, ja mir, so semi also ich fühle mich gut aber mein Hals fühlt sich nicht gut an schleimig, alles blöd husten aber grundsätzlich fühle ich mich gut und danke nochmal für die Kommentare habe ich das schon erzählt? mir hat äh S-Turnier geschrieben der damals bei äh damals bei S-Turnier die ersten Folgen hatte ich ist einer von meinen ersten Zuschauern hat jetzt mal wieder vorbeigeschaut hat einen Kommentar da gelassen das ist dass er das ist dass es ihn freut dass es mit meinem Kanal so dass er so wächst dass er so wächst schön oder? äh wo habe ich jetzt ja das ist hier unten und S-Turnier möchte ich auch sobald das Update da ist würde ich das auch gerne zocken voll nett, ja das ist ja schon lange her S-Turnier das war ganz am Anfang mein erstes Let's Play schon was besonderes dum 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 okay also ich könnte das hier eigentlich ablegen verzeiht mir das Wusten geht nicht anders ich bitte um Entschuldigung Fisch ist Ihnen geht es allen gut soll ich noch bisschen Glücks essen? ja hier ist voll ich hole einmal wieder ein paar raus so drei Stück ja doch sowas kann störend sein ich bin Profi ich stört das halt immer dass das so in so Let's Plays passiert dass ich nicht einfach drei Tage krank sein kann und dann mir ist lieber einmal richtig krank als so lange und nur so ein bisschen so das hier drei Stück perfekt ich gebe das mal hier ab soll ich jetzt schon vorbereiten weißt du was wir ich habe da ja falsche Richtung ich kann ja was bauen was mir helfen könnte was mit unserer Maskenzeit zu tun was ich war natürlich schon im mein Urlaub krank war super äh ja glaube ich äh so hier hier ja da und hier ein bisschen Holz und ich sollte den Wein abgeben und das hier möchte ich ich will dass es morgen regnet Regen Regen wenn es morgen nicht regnet zünde ich das Haus an keine Ahnung äh äh hallo er hat das gehört mit dem Haus anzünden oder ich hole dich vorher raus keine Sorge wieso siehst du mir wieder beim Schlafen zu? ich bin du ha 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 ok äh ist ein kleiner Perversling aber ja kann man nichts machen so hier er kann weg kein Problem hopp 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 da der süße Park Ah, bei den Kühen müsste ich noch was machen. Das hier unten stört mich auch noch ein bisschen. Aber naja. Äh, das Ei ist noch nicht fertig. Okay. Ja, dann fange ich jetzt an, hier zu pflanzen. Gut. Hier. Jetzt spare ich mir das Gießen. Weil hier hinten passt. Schnibidi, schnabidi, schnupp. Perfekt. Schön, was? Muss kurz weg, bis gleich. Ja, kein Problem. Musst ja auch nicht schreiben. Was zum, danke. Irgendwie süß. Okay. Nein. Ach ja, da war ja was. Ja. Perfekt. Perfekt. Ah ja, zu den Schleimis muss ich auch mal wieder gucken. So, und was pflanze ich jetzt? Kartoffeln. Ah, nein, ich wollte ja das andere da. Das da, ne? Das und das. Geht ja beides, oder? Frühling. Na, Sommer. Gurken. Brauche ich für den Kühlschrank. Wir müssen ja auch noch kochen. Das wird sich jetzt hier nicht ausgehen. Hier fehlt noch ein bisschen. Ah, Mist. Mist, Mist, Mist. So. Gurkensaat? Oder geht es sich doch aus? Ah, hier fehlt auch noch. Ich bin blind. So. Schnibidi, schnabidi, schnupp. Jetzt geht es sich wahrscheinlich, ja, lustig. Um die paar Stücke geht es sich nicht aus. Ich habe ja Kartoffeln. Ja, perfekt. Das habt ihr nicht gesehen. Ja, was habt ihr noch? Das kommt nach Hause. Okay. Dass ich was zu kochen zu Hause habe. Okay. Das kann ich hier rausnehmen. Ja, Schrimps nicht. Erdbeeren auch nicht. Das hier. Mais kann hier rein. Der eine Fisch kann raus. Der kann auch raus. Die Muschel brauche ich nicht unbedingt zum Kochen. Sehr gut. Da ein bisschen Kohl. Das brauche ich hier auch nicht. Hm. 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 Ah, Essen. Ah ja, Zucker fehlt mir. Ich muss Zucker kaufen. Soll ich mal zum Bürgermeister gehen, um Zucker zu fragen? Und im Hinterzimmer höre ich nur Lucani. Was? Nichts passiert, gar kein Problem. Oh Gott. Und Leute, vielen Dank fürs Zusehen, lasst ein Like und ein Abo da. Würde mich auf jeden Fall freuen und vergesst nicht die Glocke zu drücken. Und in der Infobox seht ihr die Livestream-Termine. Schaut mal rein. Hab ich lieb. Ciao, ciao. 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 Untertitelung des ZDF, 2020